Im heutigen Video soll es darum gehen, wie man bei Clips richtig schöne Übergänge in der Venture Resolve machen könnte. Das Ganze ist relativ einfach und zwar müssen wir dafür als allererstes einmal oben auf die Effekte draufdrücken. Die haben wir hier neben dem Media Pool sozusagen, drücken hier drauf und gehen dann einmal bei der Toolbox auf Video Transitions. Hier haben wir dann die ganz normalen, ihr seht das Ganze hier, wie das dann aussieht. Split, so, wir können auch dafür unser Bild einfach anklicken und können dann hier gucken, wie das Ganze aussieht. So smooth, dann sieht das Ganze so aus oder hier Diamond Iris, sieht das Ganze so aus. So können wir gucken, Slide sieht das Ganze so aus, Split sieht das Ganze so aus. Wenn wir jetzt einen schönen Übergang haben, der uns gefällt, zum Beispiel dieser Split hier, dann können wir den jetzt hier einmal reinziehen, sowohl hier an den Anfang, wenn wir wollen und wir können das dann hier einmal so machen. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, wir können das so lang ziehen, wie wir wollen, zum Beispiel so hier, gucken wir uns das Ganze mal an, sieht so aus, perfekt. Hier können wir dann noch einstellen, wie lang das Ganze sein soll und so weiter, wie viele Frames und so weiter und so fort. Genau, jetzt haben wir das Ganze hier einmal so, dass es dann im Prinzip so aussieht. Wir haben jetzt hier gar keinen Übergang, denn auf einmal geht dieser neue Clip so los. Das können wir natürlich so machen. Wir können aber auch hier am Ende des einen Clips gehen und dann das Ganze hier nochmal so ein bisschen länger ziehen, zum Beispiel so, dann haben wir jetzt hier erstmal so einen schönen Übergang, dass das Ganze erstmal weggeht und der andere Clip dann erst sozusagen reingespielt kommt. Genau, indem wir das dann einfach so hinmachen, machen wir das Ganze, zack, und dann haben wir jetzt hier so einen schönen Übergang, wie wir den eben gerade auch schon einmal hatten. Genau, ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video hier ein bisschen weiterhelfen, falls ihr ja sehr gerne ein Like und Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Wie gesagt, wir können das Ganze hier auch wegmachen und dann machen wir das einmal so, dass wir das auf beiden Seiten hier so haben. Dann haben wir hier so einen schönen Übergang, dass das eine ausgeblendet wird und das eine eingeblendet wird. Das geht natürlich auch. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, sehr gerne ein Like und Abo da lassen, würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, das war es von mir und bis zum nächsten Mal.